Naja... Boah, unser Helm... Zu neuen Helm und Helm nicht mehr, würde ich sagen. So... Wir gehen dann doch noch mal weiter. Wir gehen dann doch noch mal weiter. Was? Turm? Geht so sein Turm nach unten? Ja, 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 ja... Perfekt, perfekt, perfekt. Da kann ich ein Meiji jetzt nicht grad viel machen. Nein, es gibt Spiele. Boah... Was? Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... ... 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 Das war's für heute. Boah! Na es einfach schon zu roll. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 eigentlich wollte ich auf den Baum schießen so, das wird es auch klar ja, perfekt Nein! Was ist da passiert? Was ist da passiert, ey? Ah, noch 13. So, ich muss auch mal auf Zeit achten. Weil ich will jetzt alles aufnehmen. Es wird zwar dann in Zeitabständen kommen. Eine Woche oder zwei Wochen. Aber zumindest schon ein bisschen drauf. Na ja... Nein, alter! Die Verwundung war jedoch geworden. Na falsch. Boah. 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 Und für sowas. Jetzt kommst du wieder zum Einsatz. Das war's, genau, das war's. Schade. Ich will durch die roten Neuritenjuweler, dass man so cool, dass ihr Hulten heraufbeschwörungen machen könnt, bis sie zu hoch. Puh, treib's halt mal an. Jetzt, das ist auch gut. Jetzt. 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 Und durch Felix Haus. Der Eingang. Irgendwie ist voll der Eingang schon zum Dorf. Gut, das müssen wir jetzt wohl gemacht haben, ey. Jetzt. 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 Was? Was ist das? Die folgende Feder, die kann ich gleich lassen, weil meine Schelle fast verreckt. Phönixfeder. Was bringt die mit? Ach! Zwei Hookshots. Was ist meine? Was ist hier? Was ist die Idee? Ja. Rüstungsteil Number One wäre, 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 wo ich meine Hyaluriden da rüste. Die Hyaluriden Rüstung. Das soll ich noch alles erzählen. Habe ich auch ein bisschen die Rüstung leichter. Boah. Ich hatte noch die Hyaluriden Leggings. Was ist? Was? Genau hier. So, neue Rüstung. Geertschutz 2. Das hat sich so an. Zack. Oh. Nimm auch ein Problem. So. So. Oh, jetzt. So, das Schwert verzauber ich jetzt und kombiniere es. Wenn denn möglich. Ich suche noch was bestimmten. Also nicht irritierender. Zu hoch. Es geht. Fokus. Weil ich wollte noch genug Erfahrung haben, um es auf jeden Fall retten zu können. Perfekt. Oh. Ich wusste doch, dass noch irgendwas liegt. Jetzt. Hm. Ich hatte noch einen Leggier. Irgendwo rumliegt. Irgendwo rumliegt. Ohne. 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 So. So muss auch hier. natürlich ein profi Prozent liebeste Wasser er es bringt nichts ist noch mal zauber das es geht auch ohne ab muss ja ich bin mir sicher ob da ein Schaden in Begriff der Tal äh 30 Warte den kann ich doch euch mal ein bisschen verpulvern dann ist der geiler Mist aber auf jeden Mal mehr entfährt mit Fokus, keine Ahnung was es bringt und die Rüssel ist am Arsch ich hoffe wir werden ohne die Top-Rüssel noch mal eine Weile auskommen ich habe nicht keinen Bock mehr noch mal eine Scale-Restung zu machen die gleich wieder verratzt da wo kann man sich da irgendwas auf sich kaufen das haben wir jetzt schon eine Sekunde oh ja schön da das und das habe ich unter dem so so und ich bin die Richtung gelaufen und hier waren irgendwo in dem Bereich na dann let's go in die Richtung genau so 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 so